Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Tag of Vibe ist zwei Tage alt. Ich bin am Suchten wie nichts Gutes, nachdem man suchten konnte. Tag of Vibe sind immer etwas mit Vorsicht zu genießen. Jeder Tag of Fan kennt das. Vibe Tag bedeutet Chaos, Stress, Runden starten nicht. Und wir haben so viele Probleme gehabt. Und um euch ein bisschen mitzunehmen, welche Probleme ihr vielleicht immer noch habt, was ihr dagegen machen könnt, jetzt heutiges Video. Ich gebe euch ein paar Sachen mit. Erstes großes Problem. Die Synchronisation zwischen Arena und PvP funktioniert nicht. Die Skills werden auf beiden gelevelt. Das heißt, wenn ihr Arena spielt, levelt ihr zum Beispiel Vitalität, Health, Ausdauerstärke. Extrem krass für euren PvP-Charakter. Ein Tipp, falls ihr mal eine Stunde Arena reinhauen wollt, auch wenn Arena nicht gut ist. Das Hauptproblem ist aber, dass eure Level nicht synchronisieren. Und dadurch könnt ihr mit den Tradern nicht richtig arbeiten. Mein Tipp, was immer funktioniert, wenn ihr eine Runde Ranked spielt in Arena und dann in den normalen Modus, wenn ihr unranked spielen wollt, zurückgeht, schließt und wieder startet und wieder eine Runde spielt, dann synchronisiert er für diese Session immer euer Level. Warum auch immer, ich habe es heute als Tipp gelesen, eben probiert, es funktioniert tatsächlich. Freundschaftsanfragen landen teilweise immer noch dicht bei euren Freunden. Und bei uns war es so, als Wipe Day war, mussten wir unsere Namen neu eingeben. Und unsere alten Namen waren offiziell vergeben. Dann habe ich einen neuen Namen genommen. Ich heiße ja einen Tag auf Scheppi TV oder Schepperfeuer TV. Und der ist dann aber wieder umgeswitcht worden. Und dann haben wir versucht, uns zu enden. Das ging auch nicht. Wir konnten keine Leute in Partys einladen. Wir konnten nicht zusammenspielen. Das geht jetzt wieder, aber ihr habt Leute in der Freundschaftsliste teilweise nicht mehr, die ihr nicht hinzufügen könnt. Ich hoffe, dass BHG hier sehr schnell ein Update reinbringt, weil ohne seine Leute spielen ist doof. Was ihr natürlich machen könnt, wenn ihr in einem Discord seid oder so. Und das ist die Chance für euch, in meinen Discord zu kommen. Wir haben hier Tarkov Gaming Channels, COD Channels, Fortnite Channels, DMZ Modus Channels, auch für den neuen DMZ Modus, der jetzt ja gerade noch bei Delta Hawk Tour mit drin ist. Hawk Tour? Ihr wisst, ihr meint Hawk Tour, ja? Okay, Entschuldigung. Auf jeden Fall, ihr könnt Start Looking for Group machen, in einem, also bevor ihr ein Raid startet, auf Customs. Ihr müsst nur die gleiche Uhrzeit anwählen. Und wenn ihr Looking for Group macht, werden eure Teammates dort angezeigt, die das Gleiche machen. Und dann könnt ihr euch dort in der Lobby adden und zusammenspielen. Nächstes Problem mit Tarkov aktuell, die Audio ist komplett hinüber. Gestern kam ein kleiner Patch, wo sie ein paar Änderungen an der Audio in den Patch Notes stand, zurückgedreht haben. So wie das für mich aktuell aussieht und sich anhört, ich habe noch keinen Hörtest auf Metern gemacht, kann man weniger hören als vorher. Das heißt, wenn ihr das Gefühl habt, eure Headsets funktionieren nicht richtig in Tarkov, liegt es nicht daran, dass euer Headset kaputt ist, also euer richtiges Headset oder eure PC-Settings, sondern es sind die In-Game-Headset-Entfernungen. Da hat BSG dran rumgedreht und leider in die falsche Richtung, denn man hört jetzt absolut gar nichts mehr. Kurze Shorts eben und TikTok hochgeladen. Für alle, die es interessiert, die G-SSHs. Das sind eigentlich die schlechtesten und billigsten Headsets im Game, waren sie bisher die ganzen Vibes, sind diesen Vibes bisher von der Hördistanz die besten Headsets, die ihr für euren PMC auswählen könnt. Die Kosten bei Prapor, ich glaube 17.000 oder 18.000 Rubel, nehmt die. Es ist noch nicht so gut wie letzten Vibes, Audio war da auch nicht gut, aber deutlich besser als jetzt. Ich hoffe, dass da BSG sehr schnell dran arbeitet, weil Tarkov mit schlechter Audio ist echt ein dickes Problem. Viele von euch haben das Problem, dass sie die Marathon-Quest, wir haben ja eine neue Quest-Reihe mit neuen Achievements und es gibt diese Transits und Marathons, dass das nicht ordentlich funktioniert. Im Tarkov-Wiki ist mittlerweile eingezeichnet, wo welcher Transit-Exit ist und welcher Reihenfolge ihr es wie machen müsst, damit ihr dieses neue Achievement, was keiner weiß, wie lange es noch verfügbar sein wird, ich vermute 2-3 Wochen mindestens, weil die wenigsten werden da schon mit angefangen haben, da im Tarkov-Wiki könnt ihr euch das alles angucken, das heißt dieses ganze Wipe-Chaos-Tarkov-Wiki immer ein guter Hilfegeber, Ratgeber. Die Suche nach diesen Standard-Quest und Sachen wie Salewa und so werde ich euch jetzt hier in diesem Video nicht nochmal näher bringen und was sich da ein bisschen geändert hat, da kommt am Wochenende ein separates Video zu. Genauso wie in den nächsten Tagen werden alle Gunsmith-Parts von mir per Video kommen, von 1 bis 25, also zumindest werde ich bis 25 schnell kommen, was die PKP von Kaban ist. Viele YouTuber habe ich gesehen, die das, finde ich, so lang machen, das sind so 18-Minuten-Videos, wie erklärt wird, wie ihr Gunsmith 1 macht. Meine Gunsmith-Videos, ich habe 3 schon fertig, gehen jeweils 2-3 Minuten, ich zeige euch, welche Aufsätze ihr braucht, wie ihr sie kriegt und dann ist es fertig. Ihr seht, ich bin im Tarkov-Fieber, ich liebe dieses Game, auch wenn es so viele Probleme hat, es schlägt so viele Games einfach mittlerweile um Welten. Nächstes Problem, was viele haben, wir haben einen neuen Boss und Parmesan oder Partisan, ich nenne ihn Parmesan-Käse, soll eigentlich nur PMCs angreifen, die schlechtes PMC-Kammer haben. Problem 1, wir wissen nicht, wie PMC-Kammer überhaupt berechnet wird, weil BSG das nicht sagt und es gibt keine Stats, die man sehen kann. Es soll wohl damit zusammenhängen, ob man in der Nähe eines Exits ist, in welcher Geschwindigkeit man sich dort bewegt, ob man im Exit-Camp und ob man PMCs der eigenen Fraktion tötet. Also ich als USAC einen anderen USAC oder ich als Bear einen anderen Bear. Wir haben dazu keine Infos. Es sieht aber so aus, als wenn der neue Boss so verpackt ist, dass es egal ist, ob ihr bisher gute oder schlechte Sachen gemacht habt. Wir hatten schon Leute, die von Parmesan mitten auf Wurz, mitten auf der Karte, im ersten Raid, ohne irgendwas getan zu haben, angegriffen worden sind. Einen richtigen Fix gibt es da eigentlich nicht. Ärgert euch nicht zu sehr. Dann etwas, was für euch hilfreich sein kann. Wenn ihr ein Multitool mitnehmt in Zukunft, in eurem Special-Slot-Item, habt ihr die Möglichkeit, dass ihr verhindern könnt damit, dass ihr in Tripmines lauft. Die Tripmines sind von BSG in diesem Vibe neu hinzugefügt worden. Ihr könnt jegliche Art von Granaten daran stecken, in den Busch setzen und wenn irgendjemand daran vorbeiläuft, hört er das Klacken, wenn die Audio da ist, wie der Stift gezogen wird und dann habt ihr noch 2, 3, 4 Sekunden, um schnell wegzurennen. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Wenn ihr aber ein Multitool dabei habt im Raid und das ist ja unendlich zu brauchen, könnt ihr die Tripmines entschärfen und die Granate in der Tripmine, die Animation dauert so 8 Sekunden ungefähr, 6 bis 8 Sekunden, die Granate könnt ihr aufnehmen und behalten. Das heißt, wenn ihr eh einen Special-Slot frei habt, 3 habt ihr ja meistens für Marker, Jammer und so, nehmt ein Multitool mit, kriegt ihr bei Mechanic für 18.000 Rubel und habt es einfach immer dabei. Ich habe 2 Tripmines bisher entfernt und kann euch sagen, das Gefühl, dass man da nicht reingerannt ist, ist ein geiles. Einige Quests sind überarbeitet worden, so zum Beispiel Setup und Longroad. Longroad auf Lighthouse 15, Skefs auf der langen Straße kind, da braucht ihr jetzt weniger Skefs, Gott sei Dank, das ist eine der dümmsten Quests in Tarkov gewesen. Setup wurde auch vereinfacht. Ihr braucht nur noch 8 PMC-Kills mit Shotgun, Uschanka und Skef-Weste. Das Problem ist, 99% der Headsets, die ihr sonst anzieht, passen nicht mehr auf die Uschanka rauf. BSG hat ja gesagt, dass dieses Klippen, also dass ein Headset im Game so ins Gesicht schneidet, durch eine Maske, was kacke aussieht, behoben wurde, haben sie wirklich behoben. Aber nicht, indem sie einen Bug entfernt haben, sondern die Möglichkeit, solche Masken und Mützen zusammen mit Headset zu tragen. Man kann sich das Leben als Game-Entwickler auch manchmal echt einfach machen, muss man sagen. Auch wenn sie nicht gelogen haben, sie haben es gefixt. Zumindest das Problem, nicht die Ursache. Ihr könnt aber immer noch ein Headset benutzen, mit, wenn ihr bei Setup seid, also mit Shotguns auch Spielerballern wollt, auf Customs und das ist die Uschanka als Mütze, zusammen mit dem G-S-S-H. Ich zeige es euch. Mittlerweile habe ich alles probiert und es ist das einzige Headset aktuell, was ihr auf diese Mützen draufziehen könnt. Und es ist, wie ihr ja vorhin gehört habt, sogar aktuell das noch am besten funktionierende Headset. Das heißt, wenn ihr Bock habt, Setup zu machen, kauft euch zwei, drei davon und geht mit der Uschanka los. Ihr habt wenigstens etwas Audio, besser als gar keine. Und ansonsten hat dieser Vibe noch ein paar Neuerungen für uns, die ihr separat von mir noch gezeigt und erklärt bekommt und ich werde euch durch Quests führen. Ich habe ja gesagt, gerade jetzt ist auch keine Black Ops 6 Beta, es ist ja nicht nur ein COD-Kanal für alle Tarkov-Fans, auch wenn es weniger sind hier. Ich möchte euch da Content bieten, möchte euch da ein bisschen unterhalten und ich hoffe, dass ich euch heute den einen oder anderen Tipp mitgeben konnte, damit ihr ein bisschen weniger Frust am Anfang dieses Vibe schiebt. Denkt dran, der Vibe wird nur vier Monate gehen, zu Weihnachten wird es einen neuen geben, einen großen. Wenn es Updates gibt, neue Infos oder sonstiges, sage ich euch Bescheid und noch eine Info in eigener Sache. Ab morgen 16 bis 17 Uhr sollte es offentlich starten, ein bisschen von meiner Arbeit abhängig, fangen die Twitch-Drops offiziell an und bei mir gibt es zweimal zwölf Stunden Twitch-Drops und jeder, der in dieser Zeit einen Sub bei mir bei Twitch verschenkt, bekommt eine Box für Kappa-Items mit Twitch-Logo drauf und das gilt für alle Streamer, die Tarkov streamen in den nächsten, ich glaube, acht Tagen in einem dieser beiden Slots. Das heißt, egal wo ihr dann einen Sub verschenkt, ihr könnt diese Kiste ingame gewinnen. Ihr müsst nur Battlestate Games und Twitch-Account verbinden. Wenn ihr Bock habt, mit mir durch den Vibe zu gehen, ein bisschen was zu lernen, mir Fragen zu stellen, bei mir im Discord abzuhängen, mein Discord-Einladung ist unten. Ihr könnt auf Twitch gerne vorbeischauen. Ich würde mich über jeden Zuschauer freuen. Ich genieße Tarkov, 3000 Stunden sagen, alles in eineinhalb Jahren. Und sonst, lasst ein Like da, Leute, haut den Abo-Button, schreibt irgendwas in die Kommentare, selbst wenn ihr mit Tarkov vielleicht gar nichts zu tun habt, einfach so cool, als ihr auf Tarkov-Videos guckt. Es pusht den Algo und hilft mir einfach. Und ich sitze hier und mache das gerne, weil ich weiß, dass ich anderen helfe. Und umso mehr ich damit ein bisschen unterhalten kann, umso mehr freue ich mich, ehrlich gesagt. Also Leute, lasst ein Like da, lasst ein Abo, haut rein.